Ganz natürlich im Alltag über Prophetie sprechen, das ist herausfordernd. Zum einen ist die Angst, vielleicht dann als christlicher Spinner abgetan zu werden. Vielleicht ist auch Unsicherheit dabei, dass man sich selber gar nicht so sicher ist, was steht eigentlich im prophetischen Wort. Aber es lohnt sich, diese Angst zu überwinden, denn die Prophetie ist die beste Botschaft, die Gott uns gegeben hat. Und darum soll es auch gehen am Vortrag bei der Prophetikon 2023. Untertitelung des ZDF, 2020 Körle 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 Körle